Herzlich Willkommen zum Nachbarn des Spiels des KSVSC beim SVW in Wiesbaden. Endstand 1 zu 0 für Wien Wiesbaden. Somit hat der KSVSC die erste Niederlage in der Saison kressiert. Letztendlich gesehen nicht unverdient. Letztlich agierte man gegen eine sehr kompakte Mannschaft der Wiesbadener zu einfallslos und zu ungefährlich. In der ersten Halbzeit begann der KSV besser, hatte auch eine erste gute Torchance. In der 22. Minute erzielte Lee für Wiesbaden das 1 zu 0. Danach gab es einen Bruch im Spiel des KSVSC und man tat sich sehr sehr schwer. Wiesbaden verteidigte kompakt. Auch in der zweiten Halbzeit hatte sich der KSV schwer, hatte aber durchaus seine Chancen. Jedoch konnte man die Chancen, die man hatte, nicht verwerten, während Wiesbaden gut verteidigte. Einmal verhinderte Drewes das 2 zu 0. Letztendlich gesehen gewann Wiesbaden nicht unverdient und holte sich damit den 2. Saisonsieg. Für den KSVSC ist das die erste Niederlage der Saison. Fakt ist, über die ganze Spielzeit agierte der KSC heute zu einfallslos und verlor deshalb auch verdient. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie habt ihr alle das Spiel gesehen, schreibt es bitte unten mal in die Kommentare. Und wir würden uns über jeden neuen Abonnenten freuen. Auch Leute, die unsere Videos schauen und nicht Abonnenten sind, abonniert uns doch. Wir würden uns über jeden freuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.